Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. DAX-Anleger bleiben gelassen trotz Nahost-Eskalation. Marktbericht. DAX-Anleger zeigen eine ruhige Reaktion. Der DAX hat seine letzten Tage in einer ziemlich beruhigten Gegenreaktion verbracht, trotz der vielen Befürchtungen und Spannungen auf dem Markt. Experten hatten eine breite Palette von Prognosen aufgestellt, von drastischen Stürzen bis hin zu steilen Aufstiegen. Aber die Realität zeigte, dass die Börseninvestoren entspannt an diesem Marktgeschehen teilnahmen. Im Ganzen gesehen hält sich der DAX stabil mit einer sehr moderaten Volatilität. Sichere Anlagen wie Anleihen zeigten auch keinerlei auffällige Schwankungen. Es scheint also, dass sich die Anleger auf eine langfristige Perspektive ausgerichtet haben und einen kühlen Kopf bewahren, trotz potenzieller Risiken. Einige Analysten vermuten, dass dieses Verhalten auf die fortgesetzten Unsicherheiten rund um das globale Wirtschaftsklima zurückzuführen ist. Quellenname? Say 2024. Mango in globalen Handelsstreitigkeiten und ungewissen geopolitischen Auseinandersetzungen ziehen viele Anleger es vielleicht vor, ihre Karten nah am Körper zu halten und nicht zu viele Risiken einzugehen. Trotz der ruhigen Reaktion der Anleger auf die jüngsten Marktbewegungen kann es nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Dinge ändern könnten. Eine weitere Verschärfung der geopolitischen oder wirtschaftlichen Spannungen könnte zu einer Zunahme der Marktvolatilität führen. Aber für den Moment scheint es, dass die DAX-Anleger sich in einer eher gelassenen Stimmung befinden. Anleger und Händler werden eng an der Entwicklung des Marktes dranbleiben und versuchen, die Risiken und Chancen zu bewerten, die sich aus den jüngsten Entwicklungen ergeben könnten. In dieser scheinbar ruhigen Phase könnte es auch eine gute Gelegenheit für eine gut überlegte Anlagestrategie sein, die auf den aktuellen Marktbedingungen basiert. Insgesamt lässt sich sagen, dass die gegenwärtige Gelassenheit der DAX-Anleger keine Selbstverständlichkeit ist. Sie könnte ein aktives Ergebnis von Anlegern sein, die jede mögliche Chance und Gefahr auf dem Markt genau beobachten und Maßnahmen ergreifen, um sich gegen potenzielle Risiken zu schützen. Quellen, Quellenname, Artikelname, Datum. Quellenname, Artikelname, Datum. Autor Anita Farke, Datum, Montag, 15. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.